Guten Tag hier lieben MMORPG Fans und willkommen zur Entscheidung des Buchstaben B, nachdem wir ja ein tolles A hatten, Mid-Age of Armor und wir haben dort 14 Spiele zur Auswahl, hoffen wir mal, dass da mal wirklich was Gutes rauskommt. Und die Nummer 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dieses Spiel nennt sich Black After May, ok, ist ein Browser-Game, pui, haben wir nochmal Glück gehabt und werden wir eine neue Entscheidung mal machen, mal los, wenn wir mal auch. So, die Nummer 9, äh, wo war das? Black, äh, 7, 8, 9, das ist Blade Wars und Blade Wars hatten wir das nicht schon mal? Müssen wir erstmal gucken. Ich bin mir da jetzt nicht ganz so sicher, ob wir nicht Blade Wars schon mal hatten. Ne, das kommt mir im Bivered Frame vor, da muss ich mal jetzt ganz schnell nochmal gucken. Da bin ich, ja, alles hier natürlich wieder ungeschnitten hier. Blade Wars, hatten wir das schon. Ah, Blade Wars, hatten wir das schon, müssen wir eine neue Entscheidung machen. Oh, zieh, mal wieder schließen. Dopp, dopp, dopp. Na los. Es ist ja immer furchtbar, wenn ich mit Camtasia, ähm, einen Hintergrund aufnehme, dass das doch, äh, recht scheiße ist. Ähm, Blade Wars Blitz 1941. Das ist ein Desktop-Game. Werden wir erstmal gucken, ob es, äh, noch da ist. Ja, oh, zweiter Weltkrieg. Ja, Tank Online Game. Äh, da, 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 da. Müssen wir mal gucken. Games. Ist das auch ein... Ja, Free Game Download. Okay, da, ähm, werden wir mal Blitz 1941 ausprobieren. Mal gucken, wie dieses Game ist. Äh, bis die Tage, euer Zuhaken. Ciao. Das war's. Das war's. Das war's.